Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 30 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 550 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017